Sie haben in den 80er Jahren schon Ecstasy genommen und zehn Jahre später haben alle die ganzen Jungen Ecstasy genommen. Ich habe die ja Ecstasy genommen. Wo steht die Buch? Da steht die Buch. Da habe ich noch nicht verschreckt. Ja? Ich habe die Ecstasy genommen. Es ist nicht zu spät. Das kann man auf Kommando gut aussehen. Wenn man das will, kann man sagen, heute um 40 Uhr richtig gut aussehen. Ich habe das Glück, dass ich dieser Wäsche betraut bin. Aber das ist nur das eine. Der eine Teil der Schöne, womit man gewonnen hat. Der andere ist dann, was man selber damit macht. Das sind wahnsinnig, nur die Gene. Schön. Das sind wahnsinnig, nur die Gene.